Das irgendwo so ein Loch ist, also... Ähm... Hallo? Ähm... Äh... What? Äh, das ist jetzt... Oh, cool... Ich weiß, Luftleute, wo ich... Alter! Boah, Alter! Ja, die haben doch genug Platz auf der Sportbüche, oder? Wie sind denn das? Also, ist ja cool, aber wir müssten nicht drüben fahren. Also... Ich hab den Vorhaben hingeguckt, also... Alter, das sind so verholt, das sind so über 100 Seiten, oder? Ja, schon. Mehr... Also, ja, über 100, jedenfalls. Fünf geile Aktionen. Also, alles Mopeds ist es vor allen Dingen. Das ist ein T-Motorier, das sind Mopeds. Pff, Leute, guckt. Ich kann jetzt gar nicht fahren, oder? Also, ich seh mal ein T-Motorier auch... Für einen von... ...und... Alter... Nur! Was ist das? WTF? Fuck!